Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid alle gut drauf. Und ich bin gekommen, um diese Stimmung zu ruinieren, denn ich habe einen Fall mitgebracht, der lässt einen wirklich an der Menschheit zweifeln. Nicht als gäbe es da nicht noch andere Gründe für. Aber ich muss halt sagen, dass ich das eigentlich so schön finde, immer in unseren Videos und unserer Kommentarspalte, dass egal, wie krass der Fall ist oder wie hart das Urteil ist, das gesprochen wird, wir alle immer versuchen, beide Seiten zu beleuchten, niemanden komplett zu judgen, sondern ja, dass wir alle immer bemüht sind, das Menschliche in allen zu sehen und in jedem versuchen, etwas Gutes auch zu finden und zu sehen. Aber dieser Fall, der macht es einem so, so schwer und der zeigt einfach, wie das Böse aussehen kann. Ich kann es nicht anders sagen. Also wie gesagt, normalerweise liebe ich das ja, dass wir versuchen, immer menschlich zu bleiben und nicht zu doll zu urteilen und alle Seiten zu betrachten. Aber dieser Fall lässt einen wirklich einfach nur ganz krass zweifeln und ihr werdet es selber sehen. Wisst ihr was? Ihr werdet es selber sehen. Also ganz ehrlich, holt euch eine heiße Tasse Kakao, macht es euch gemütlich, sammelt eure Nerven zusammen, die werdet ihr heute brauchen und ich werde auf jeden Fall vor den ganz schlimmen Szenen auch nochmal eine Triggerwarnung aussprechen, sodass ihr gewarnt seid und wir steigen jetzt ein. Ich möchte euch als erstes etwas von Sylvia Likens erzählen. Sylvia wird am 3. Januar 1949 in eine Schaustellerfamilie geboren. Sie wird in Indiana geboren und die Familie reist dort eben von Ort zu Ort. Sie sind da Schausteller wie auf so einer Kirmes und es ist ein sehr unbeständiges Leben. Es gibt eben keinen klaren Punkt, den man als Heimat bezeichnen würde und die Eltern sind vor allen Dingen immer mit der Arbeit beschäftigt. Sylvia ist das mittlere von fünf Kindern und sie ist das einzige alleingeborene Kind. Die anderen sind nämlich Zwillinge. Sagt man das so? Alleingeboren? Wahrscheinlich nicht. Aber es gibt eben zwei Zwillingspärchen und dann Sylvia in der Mitte. Und das heißt, sie habe sich deswegen immer so ein kleines bisschen ausgeschlossen gefühlt, weil die Zwillinge jeweils eben ganz doll zusammengehalten haben und sie war da irgendwie so das Sandwich-Kind. Aber sie wächst da eben mit ihren Geschwistern auf. Und wie gesagt, die Eltern sind immer viel unterwegs und führen außerdem eine sehr instabile Ehe miteinander, weshalb es in der Familie einfach oft zu Ungereimtheiten und Streitereien kommt. Im Sommer verkauft die Familie Likens auf Jahrmärkten Bier, Süßigkeiten und Limonad. Die Söhne der Familie helfen den Eltern hierbei schon immer fleißig mit und trotzdem reicht das Geld meistens nie aus. Weil es auf Jahrmärkten damals auch wild hergehen konnte, entscheiden sich die Eltern Likens dazu, die Töchter immer bei Verwandten unterzubringen oder teilweise irgendwo einzusperren, damit die nicht abhauen können und irgendwas anstellen können. Sylvia passt oft auf ihre kleine Schwester Jenny auf, da diese mit einem Fall von Kinderlähmung zur Welt gekommen ist und deswegen extra Hilfe und Fürsorge benötigt. So ist Jennys eines Bein zum Beispiel sehr viel schwächer als das andere, weshalb sie hinkt. Außerdem ist sie auch vom Gemüt her sehr unsicher und braucht viel Bestätigung und Zuneigung. Sylvia gilt als sehr, sehr sozial und sie versucht auch schon früh, sich hier und da ein bisschen Geld dazu zu verdienen. So ist sie zum Beispiel Babysitterin oder macht Besorgungen für Nachbarn oder Verwandte und verdient sich damit eben ein kleines bisschen was nebenbei. Einen Teil ihres Verdienstes gibt sie dann sogar der Mutter ab, damit diese dann dafür Essen oder Sonstiges für die Familie kaufen kann. Sylvia liebt es, Rollstuhl fahren zu gehen. Sie liebt es zu tanzen. Sie ist ein fröhliches Gemüt, überall beliebt und hat so gewähltes braunes Haar und gilt als wunderschön. Sie hat auch einen Spitznamen in ihrem Freundeskreis und der heißt Cookie. Sie liebt die Beatles und sie liebt es zu lachen und Witze zu machen. Dabei versucht sie aber immer, ihren Mund geschlossen zu halten, weil ihr der vordere Zahn fehlt und sie schämt sich dafür und versucht deswegen immer, die Lippe beim Lachen nicht zu hoch zu ziehen. Ich bin mir sicher, das sah total süß aus, ihr Lächeln ohne diesen Zahn. So verschmitzt halt. 1995 zieht die Familie Likens dann wieder einmal um. Diesmal geht es nach Indianapolis und dort findet Sylvia auch schnell wieder Freunde. Sie hätte ein Talent dafür, sich schnell einen Freundeskreis aufzubauen. Das musste sie ja auch lernen, weil die Familie ja so oft das Zuhause gewechselt hat. Und dieses Mal freundet sie sich mit einer gewissen Paula an. Paula ist die Tochter von Gertrude. Und zu Gertrude sollte ich an dieser Stelle mal ein bisschen was erzählen. Gertrude Baniszewski ist mit einem anderen Namen zur Welt gekommen. Sie hieß früher Gertrude Nadine Van Vossen und wurde am 19. Februar 1929 in Indianapolis geboren. Sie ist das Dritte von insgesamt sechs Kindern und hatte keine leichte Kindheit. Sie verliert ihren geliebten Großvater schon früh und das heißt, sie habe sich von diesem Verlust niemals erholt. Mit 16 Jahren bricht Gertrude dann die Schule ab und heiratet bereits, nämlich den 18-jährigen John Baniszewski. Und das war damals ja gar nicht mal so ungewöhnlich. Also es klingt natürlich krass, sie 16 und er 18. Da fragt man sich, wo waren die Eltern? Aber zu den damaligen Zeiten war das ja gar nicht so ungewöhnlich, dass man ja mit 20 zum Beispiel schon Kinder hatte und sowas. Weshalb das jetzt noch nicht so die Red Flag ist, aber John ist eine Red Flag, also der Ehemann. Der hat als Polizist gearbeitet und die beiden bekommen dann auch vier Kinder miteinander. John ist Gertrude gegenüber aber immer wieder gewalttätig. Das heißt, diese Ehe ist zum Scheitern verurteilt und bald schon lassen die beiden sich scheiden. Gertrude lernt daraufhin einen Edward Guthrine kennen. Ja, das sind immer interessante Namen hier in meinen Fällen. Jedoch lassen die beiden sich nach drei Monaten auch schon wieder scheiden. Die haben da eben so eine kurze, kurze, kurze Ehe, weil der Herr sich nicht mit den Kindern von Gertrude abgeben möchte. Ist ja nicht so, als hätte er sich das vorher überlegen können. Aber genau, die beiden gehen dann nach drei Monaten wieder getrennte Wege. Tatsächlich kommt John dann nochmal zurück. Also Gertrude und John finden wieder zueinander. Sie bekommen nochmal zwei weitere Kinder. Aber im Alter von 34 Jahren lässt sich Gertrude dann endgültig von John scheiden. Und das ist dann für immer vorbei. Als nächstes hat Gertrude dann ein Techtelmächtel mit dem 23-jährigen Dennis Lee Wright. Und das war natürlich ein Riesenskandal. Also eine ältere Frau mit einem jüngeren Mann und dann auch noch unehelich. Ich, um Gottes Willen, wie konnte sie nur. Ich hoffe, ich mache klar, dass das nicht meine Meinung ist und mir das total egal ist. Aber zu den damaligen Zeiten war das eben ein Skandal. Und dieser Dennis soll auch wieder sehr, sehr schlecht mit Gertrude umgegangen sein. Sie wird tatsächlich schwanger von ihm. Er leidet dann aber eine Fehlgeburt. Kurz darauf verlässt er sie dann. Doch sie ist schwanger. Diesmal bekommt sie das Kind auch. Und um zu vertuschen, dass es ein uneheliches Kind ist, nennt sie sich selber Mrs. Wright. Also gibt vor, mit Dennis verheiratet zu sein. Na, wer hat mitgezählt? Gertrude hat mittlerweile sieben Kinder und kümmert sich um all diese Kinder alleine. Und das heißt, sie war auch stark unterernährt und Kettenraucherin. Ihr Einkommen bestand einzig und allein aus den Unterhaltszahlungen der verschiedenen Väter. Aber es heißt, dass sie bei Kindern total beliebt war. Also obwohl sie so eine interessante Gestalt war, sage ich mal, so alles in allem, haben Kinder sie geliebt. Das Haus war natürlich total heruntergekommen. Gertrude hatte nicht viel Geld und alles war versifft und ein bisschen ranzig. Aber die Kinder, die haben es genossen, bei Gertrude zu sein, weil sie dort alles durften. Das heißt, die sieben Kinder von Gertrude hatten regelmäßig Freunde da, die da getrunken haben und geraucht haben. Und Gertrude saß daneben und sie hat es nicht gekümmert. Und eines dieser Kinder ist Paula. Das Mädchen, das Silvia jetzt kennengelernt hat und zu ihrer Freundin machen möchte. So kommt es dann dazu, dass Silvia mit ihrer Schwester Jenny im Schlepptau zum ersten Mal bei Gertrude aufschlägt. Immer häufiger sind die zwei Mädels dann bei Gertrude und ihren Kindern. Und irgendwann kommt es dazu, dass die Mutter von Silvia und Jenny verhaftet wird. Es heißt, sie wurde bei einem Ladendiebstahl erwischt, was bedeutet, dass der Vater der Familie Likens plötzlich mit den ganzen Kindern alleine ist. Als dieser dann mitbekommt, dass seine Töchter Silvia und Jenny ja immer wieder bei Gertrude und ihren Kindern sind und es da irgendwie auch ganz cool finden, beschließt er, sie dort zu lassen. Er soll zu Gertrude gesagt haben, sie müssen sich mit fester Hand um diese Mädchen kümmern, weil ihre Mutter sie tun lässt, was sie wollen. Und Gertrude, die sich übrigens immer noch nur Mrs. Wright nennt, ist einverstanden. Die beiden vereinbaren dann ein Abkommen, denn Gertrude weist darauf hin, dass sie selber alleinerziehend ist und nicht viel Geld hat. Woraufhin Papa Likens sagt, gar kein Problem, du bekommst 20 Dollar die Woche von mir dafür, dass du auf meine Töchter Jenny und Silvia aufpasst. Und für alle, die jetzt denken, 20 Dollar, um zwei Kinder durchzufüttern die Woche, was ist das denn, das war zu der damaligen Zeit sehr viel Geld. Also ich habe in einem Podcast gehört, dass Gertrude zum Beispiel für dieses Haus monatlich eine 60 Dollar Miete gezahlt hat. Das heißt, er hat praktisch schon die Miete für das ganze Haus von Gertrude gedeckt. Was bedeutet, für alle schien dies erstmal die perfekte Lösung zu sein. Silvia und Jenny mochten die Kinder von Gertrude. Gertrude verdient sich etwas Geld dazu. Ich meine, sie hätte das Haus sowieso voller Kinder. Zwei mehr oder weniger fällt da praktisch nicht auf. Und der Vater von Jenny und Silvia weiß, dass die Kinder gut untergebracht sind und kann mit seinen Jungs auf dem Jahrmarkt weiter Geld verdienen gehen. Zu Anfangs soll das alles auch sehr gut gelaufen sein. Ohne weitere Zwischenfälle. Bis ungefähr in der zweiten Woche das Geld von Papa Likens zu spät bei Gertrude eintrifft. Die Zahlung hat sich verspätet. Die finanzielle Lage der Likens ist ja auch sehr unbeständig gewesen. Und Gertrude soll außer sich gewesen sein verwut. Gertrude schreit, ich habe mich umsonst um euch Schlampen gekümmert. Euch beide kleine Huren soll ich hier durchfüttern. Und schlägt Silvia und Jenny mit einem Holzstab. Und von dieser Zeit an nehmen diese Bestrafung immer nur noch zu. All ihren Zorn lässt Gertrude vor allen Dingen an Silvia aus. Sie nutzt jeden Grund, um Silvia für irgendwas zu bestrafen. Unehrlichkeit, Unhygiene oder Geschlechtsverkehr mit häufig wechselnden Männern. Das alles sind Dinge, die Gertrude Silvia vorwirft, die aber so überhaupt nicht stimmen. Die Eltern Likens kommen zwischendurch immer mal wieder zu Besuch. Silvia und Jenny sagen aber dann nie etwas. Sie trauen sich nicht richtig, weil Gertrude ihnen sofort Todesblicke zuwirft, wenn sie den Anstalt machen, den Mund zu öffnen. Und Gertrude wird Silvia immer weiter quälen. Und das Heftigste daran ist, etwas, was ich bis heute nicht verstehe, wo ich wirklich an meine Grenzen gekommen bin, ist, dass die Kinder von Gertrude mitmachen. So zwingt Paula Silvia zum Beispiel dazu, etwas Verdorbenes zu essen. Die Paula, mit der Silvia befreundet war. Als Silvia sich daran dann erbricht, wird sie dazu gezwungen, das Erbrochene vom Boden zu essen. Als nächstes reden Gertrudes Kinder Silvia ein, sie sei schwanger. Und Silvia ist total verstört. Und dann beginnen die Kinder damit, ihr in den Bauch zu treten und zu sagen, sie würden jetzt das Baby töten. Ein weiterer Vorfall ist, dass Silvia Gertrude angebettelt hat, ihr Sportklamotten für den Sportunterricht zu kaufen. Sie war das einzige Kind ohne Gymnastiksachen, die man damals gebraucht hat, so in diesem Gymnastikunterricht. Und Gertrude hat ihr das verweigert, woraufhin, Gerüchten zufolge, Silvia sich einen Gymnastikanzug geklaut hat. Und als Gertrude das hört und das Gefühl hat, ihr Ruf könne in Gefahr sein, weil Silvia etwas geklaut hat und man könne jetzt plötzlich anfangen, über Gertrude und diese Familie zu reden, sagt Gertrude, du darfst nicht mehr in die Schule gehen. Sie begründet ihre Entscheidung, Silvia aus der Schule zu nehmen, damit, dass sie Silvia davor schützen muss, sich auf der Schultoilette zu prostituieren. Gertrude sexualisiert Silvia und ihr ganzes Verhalten immer wieder aufs Übelste. Silvia war ein Kind und Gertrude versucht immer wieder ihr den Stempel einer Hure und einer Prostituierte aufzudrücken, will sie damit öffentlich degradieren und fertig machen. Und das Paradoxe bei all dieser falschen Moral ist, dass die Tochter von Gertrude, Paula, zu dem Zeitpunkt im dritten Monat schwanger ist und das unehelich. Ne? Hm, hm, hm. Weiß ich ja nicht, ne? Also ihr wisst hoffentlich, dass das alles nicht meine Meinung ist, aber ich finde es immer so paradox, wenn manche diese Moralapostel spielen, aber vielleicht erst mal unter ihrem eigenen Tisch kehren sollten. Sagt man das? Ist das ein Sprichwort? Ihr wisst, was ich meine. Zu dieser Zeit fangen dann auch die Nachbarskinder, die ja immer wieder im Haus von Gertrude rumgechillt haben, damit an, an der Folter von Silvia teilzunehmen. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich die Folter ein kleines bisschen mehr beschreiben werde. Also wenn das nichts für euch ist, dann ist jetzt hier ein Timestamp, wo ihr wieder einschalten könnt und wir sehen uns dann da wieder. Ich möchte und kann auch gar nicht zu sehr auf diese Grausamkeiten eingehen. Mir ist nur wichtig, dass klar ist, was ihr angetan wurde und wie böse diese Menschen waren. Das möchte ich hier auf keinen Fall verschweigen und klein machen, aber ich muss auch ein bisschen auf meine Seele aufpassen. Auf jeden Fall wird Silvia immer brutaler gefoltert, geschlagen und erniedrigt. So werden zum Beispiel auf ihrem Körper Zigarettenstummel ausgedrückt oder sie muss sich vor den Nachbarskindern entblößen. Einmal wird sie dazu gezwungen, mit einer Coca-Cola-Glasflasche zu masturbieren und das soll sie so heftig und so lange tun, bis sie dadurch Verletzungen erleidet und deswegen inkontinent wird. Jedes Mal, wenn Silvia aufgrund ihrer Inkontinenz das Bett näscht, bekommt sie dafür wieder Bestrafungen und Schläge. Sie darf das Haus von Gertrude gar nicht mehr verlassen. Sie durfte ja schon länger nicht mehr in die Schule und muss nun in den Keller ziehen. Im Keller, abgeschieden von der Außenwelt, wird sie immer weiter gefoltert und immer mehr Kinder an der Nachbarschaft verschiedenen Alters nehmen daran teil. Als einem Pfarrer von verschiedenen Richtungen berichtet wird, was mit Silvia in diesem Keller passiert, ruft er bei Gertrude an. Die erzählt ihm daraufhin, dass Silvia sich prostituiert hätte und das ihre Bestrafung sei, was der Pfarrer für eine plausible Antwort hält. Er erwidert sogar noch, dass man sie noch härter schlagen solle. Das Essen und Trinken von Silvia wird auf ein Minimum reduziert. Sie darf sich nicht mehr anziehen und darf nicht mehr auf die Toilette gehen. Gertrudes Kinder nehmen von den Nachbarskindern 5 Cent, damit diese dann Silvia nackt betrachten können. Paula, die einst Silvias Freundin werden sollte, schlägt ihr einmal so hart ins Gesicht, dass sie sich selbst das Handgelenk dabei bricht. Verdient. Das alles geht über eine ganze Weile und Silvia wird immer schwächer. Sie kann sich nicht mehr wehren. Sie weint zwar immer wieder, aber sie ist mittlerweile so dehydriert, dass sie keine Tränen mehr hat. Eines Abends sagt der Gertrude ganz gnadenvoll, dass Silvia einmal oben schlafen dürfe. Sie hat ja jetzt wirklich die ganze Zeit im Keller gelebt und einmal darf sie jetzt in ihrem Bett schlafen mit der Bedingung, dass sie sich nicht einnässen darf. Aber das ist ja praktisch unmöglich. Sie war inkontinent. Sie hatte die Verletzung durch den Vorfall mit der Glasflasche und Silvia war klar, dass sie es nicht durch die Nacht schaffen würde, ohne sich einzunässen. Das heißt, sie muss mit so einer Angst in dieses Bett gegangen sein, wohlwissend, dass sie es nicht schaffen wird. Als Gertrude am nächsten Tag sieht, dass Silvia das Bett eingenässt hat, muss Silvia wieder vor den Kindern masturbieren und danach bekommt sie mit einer Scherbe I am a prostitute and proud of it in den Bauch geritzt. Das war der Vorschlag eines der Nachbarkinder. Die restlichen Kinder, die anwesend sind, entscheiden, dass Silvia außerdem ein S in den Bauch geritzt bekommen soll. Das soll entweder für Slave, also Sklave, oder Silvia stehen. Gertrude lacht an dieser Stelle Silvia aus und sagt, dass sie nun niemals wieder einen Mann bekommen würde. Silvia antwortet nur, dann ist das eben so. Am 24. Oktober wird Silvia dann von Gertrude und einem Nachbarskind übelst zusammengeschlagen. Sie darf kaum was essen, darf nicht zur Toilette gehen und ihr Körper ist mittlerweile so schwach, dass sie zwei Tage später dann verstirbt. Gertrude merkt früh, dass Silvia es bald nicht mehr schaffen wird und zwingt sie in den letzten Tagen ihres Lebens dazu, einen Brief zu verfassen. Ich lese vor, an Herrn und Frau Likens. Erstmal wie dumm, wie dumm von Gertrude, wer würde seine Eltern mit Herr und Frau Likens ansprechen? Das macht schon suspicious, aber naja. Sass. Ich war mitten in der Nacht mit einer Bande von Jungs unterwegs. Sie haben mir gesagt, sie würden mich bezahlen, wenn ich es ihnen geben würde. Also bin ich ins Auto gestiegen und alle haben bekommen, was sie wollten. Als sie es dann bekommen hatten, schlugen sie mich zusammen und hinterließen Wunden in meinem Gesicht und meinem ganzen Körper. Außerdem haben sie, ich bin eine Prostituierte und stolz darauf, in meinen Bauch geritzt. Ich habe so ziemlich alles getan, um Gerti wütend zu machen. Gerti. Gertrude nennt sich hier Gerti. Außerdem kostete ich Gerti mehr Geld, als sie hatte. Ich habe eine neue Matratze zerrissen und darauf gepinkelt. Ich habe Gerti auch Arztrechnungen gekostet, die sie eigentlich nicht bezahlen kann. Wegen mir ist Gerti ein nervöses Frack und all ihre Kinder. Wie ekelhaft ist dieser Brief. Da ist diese Gertrude wirklich der Inbegriff des Bösen. Es ist wirklich so. Also wie kann man so böse sein? Wie kann man so böse sein? Und die nennt sich selber dann Gerti und lässt Silvia dann einen Brief schreiben, in dem sie sich selbst beschuldigen soll. Ich nehme mir immer vor, keinen Hass in mir zu tragen. Ich will niemandem was Böses. Ich schwöre es euch, wenn ich sage, dass ich keinen Hass in mir habe. Und dann kam Gertrude. Als Silvia verstorben ist, soll Gertrude sie dann in ihr Bett getragen und die Polizei gerufen haben. Sie reicht den Brief raus und für eine ganz schön lange Zeit reicht das als Grund für Silvias Tod. Eines Tages, als die Polizei jedoch wieder in der Nähe des Hauses ist, traut sich Jenny und spricht sie an. Und das ist so, so mutig, weil Jenny ist auf jeden Fall sehr viel verschonter geblieben, was die Folter anging. Und trotzdem hat sie ja all das mitbekommen und ihre Schwester verloren. Und trotzdem traut sie sich dann, gegen Gertrude zu gehen und die Polizei anzusprechen. In einem unbemerkten Augenblick sagt sie, get me out of here and I will tell you everything. Also holt mich hier raus und ich sage euch alles. Anschließend wird endlich gegen Gertrude ermittelt. Sie plädiert im Prozess dann aber auf Unzurechnungsfähigkeit. Sie ist sehr manipulativ und sie erzählt, dass sie eine liebende Mutter sei, alle Kinder sie lieben würde und sie so etwas niemals tun würde. Trotzdem wird sie zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Ihre Töchter Paula und Stephanie sowie ihr Sohn John und zwei weitere Nachbarsjungen Richard Hobbs und Coy Hubbard werden ebenfalls wegen Mordes verhaftet. Paula wird während des Prozesses Mutter und zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Diese Strafe wird später dann auf 20 Jahre umgewandelt. All die anderen Kinder, die mitgefoltert, zugesehen und verletzt haben, sind frei. Keine Strafe. Außerdem heißt es bald, dass Gertrude bei guter Führung nach 18 Jahren freikommen kann. Im Gefängnis gibt sie sich als liebe und fürsorgliche Mutter und wird bald schon von den anderen Insassen als Mutter oder auch Mom bezeichnet. Sie ist sehr beliebt und besonders eng mit dem Gefängnisfahrer. Dieser hat einmal gesagt, Gertrude habe zu Gott gefunden. Und nach 18 Jahren, so heißt es, ist Gertrude wieder eine freie Frau. Sie wechselt ihren Namen, wechselt ihre Identität und zieht nach Iowa. Am 16. Juni 1990 stirbt sie dann jedoch an Lungenkrebs. Sie ist etwa 60 Jahre alt. Nun kommen wir, wie immer zum Schluss, noch zu einigen Theorien und meiner gescheidenen Meinung. Zu meinen ist er ja der 14-jährige Richard Hobbes. Wir erinnern uns daran, dass er sowohl an der Folter teilgenommen hat, als dass es auch seine Idee war, den Satz, I'm a prostitute and proud of it, in Silvias Bauch zu ritzen. Nicht nur das, Gertrude hat zwar mit dem Ritzen angefangen, Richard hat es aber für sie beendet. Er war einer derjenigen, der Gertrude dann auch wirklich Gerti genannt hat. Und das heißt, die beiden hätten ein sehr, sehr interessantes Verhältnis miteinander gehabt. Gerti soll öfter mal mit den kleinen Jungs geflirtet haben, die ja alle 12, 13, 14 Jahre alt waren und besonders stark mit diesem Richard. Sie soll ihn als Art Partner missbraucht haben und dann auch sexuell missbraucht haben. Das wird jedoch vor Gericht und auch sonst nie wieder zum Thema gemacht. Die große Frage, die sich hier stellt, ist, warum hat Gertrude das getan und wieso haben diese Kinder dabei geholfen? Und warum ist sie so lange damit durchgekommen? Das ging über so einen langen Zeitraum und klar, es war eine andere Zeit. Es war normal, dass man seine Kinder schlägt. Die Erziehungsarten und Weisen waren anders als heutzutage, ganz schön anders. Und wenn irgendein Kind davon erzählt hat, zu Hause geschlagen zu werden, da haben alle nur die Augen verdreht. Und wahrscheinlich gesagt, geht mir genauso. Als Minderjähriger durfte man die Autorität von Erwachsenen nicht in Frage stellen. Das, was sie getan haben, das galt als richtig. Das wurde nicht hinterfragt. Ich glaube, dass das auch einer der Gründe war, warum Sylvia am Anfang nichts zu ihren Eltern gesagt hat. Dass sie dachte so, ja, das ist jetzt einfach so. Und sich dann nicht getraut hat, aufzustehen und zu sagen, ich will nach Hause. Aber die Folter, die dann passiert ist, die ja absolut außer der Norm war und abgrundtief schrecklich, hatte ja auch noch diesen seltsamen sexuellen Zug. Es ging immer darum, dass Sylvia als Hure bezeichnet wurde. Dass Gertrude behauptet hätte, sie sei schwanger. Sie habe mit vielen Männern was gehabt. Sie hätte auf der Schultoilette rumgebumst. Das war ja immer das Motiv von Gertrude. Warum? Hierbei habe ich öfter die Theorie gehört, dass Gertrude gewissermaßen eifersüchtig war auf Sylvia. Ihr erinnert euch, sie wurde als bildhübsch beschrieben, als fröhliche, liebevolle Person. Und ich bin mir sicher, dass sie auch bei den Jungs in ihrem Alter sehr gut angekommen ist. Und dann war da Gertrude, die es mit den Männern nie leicht hatte. Es war immer ein Auf und Ab, ein On und Off. Und sie selber hatte ja uneheliche Kinder. Und das war ja etwas, wofür sie sich geschämt hat, sonst hätte sie das ja nicht so vertuscht. Wahrscheinlich hat sie in Sylvia eine Art Konkurrenz gesehen, eine Art Gefahr. Und Sylvia wollte das ja niemals ausstrahlen. Sie war einfach ein unschuldiges Kind. Aber das alleine scheint Gertrude so getriggert zu haben. Die Schönheit, die Jugend und die Unschuld von Sylvia scheint für Gertrude so ein Problem gewesen zu sein, dass sie das angreifen wollte und musste. Die zweite Frage, warum haben die Kinder mitgemacht, kann ich mir nur so erklären, dass sie von Gertrude massivst manipuliert wurden. Es fällt mir so schwer, etwas Böses in Kindern zu sehen. Aber Gertrude hat es geschafft, das in diesen Kindern zu wecken. Sie hat Sylvia immer wie einen kleinen Teufel dargestellt. Sie hat den Kindern ja die Legitimation gegeben, schlecht mit Sylvia umzugehen. Und sie war ja beliebt bei den Kindern. Die Kinder wussten, wenn wir irgendwo rauchen wollen, wenn wir irgendwo trinken wollen, eine lustige Zeit haben wollen, dann dürfen wir es uns mit Gertrude nicht verscherzen. Das ist unser Ort. Die Kinder zweifelten nicht an Gertrude. Sie hatten sie viel zu lieb. Und als Gertrude immer wieder betont hat, was für ein schlechter Mensch Sylvia sei, haben sie ihr wahrscheinlich geglaubt. Dadurch, dass die Kinder dann Mittäter wurden und ähnlich schuldig waren wie Gertrude, hatten sie wahrscheinlich dann auch nicht mehr die Möglichkeit, ihren Eltern Bescheid zu sagen. Dann hätten sie sich auch eingestehen müssen, dass sie mitgemacht haben. Ja, es ist ein so heftiger Fall und es ist so unfair, dass Gertrude irgendwann einfach ein normales Leben führen konnte. Ein ereignisloses, bürgerliches Leben. Es heißt, einer ihrer Söhne, der mitfoltern musste. Ich glaube, manche Kinder sind auch einfach dazu gezwungen worden. Der ist später sehr, sehr religiös geworden und setzt sich stark für Resozialisierungsprogramme für jugendliche Straftäter ein. Und das ist das Schreckliche bei solchen Fällen. Die, die es am wenigsten verdient haben, denen wurde einfach das Leben geraubt. Und andere, wie so eine Gertrude, die darf einfach weitermachen und darf einfach nochmal glücklich werden. Ja, ich hoffe, es geht euch den Umständen entsprechend gut. Es war heute wirklich ein Brett. Der Inbegriff des Bösen ist jetzt für mich einfach Gertrude. Also immer, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, einen schlechten Tag habe, dann ist das ein Gertrude-Tag von heute an. Die steht jetzt für alles Schlechte in meinem Vokabular. Und ja, ich versuche, wie gesagt, keinen Hass in mir zu tragen. Aber ich glaube, ihr versteht, wenn ich sage, dass es mir so, so schwer fehlt, hier jetzt noch die Kurve zu kriegen und irgendwie an das Menschliche in ihr zu glauben. Ganz schreckliche Tat. Ich hoffe, ihr seid okay. Bleibt gesund. Passt immer auf euch auf. Lasst euch nicht manipulieren. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Macht's gut. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen.